Hallo ihr Lieben, hier ist der Christian Hemmschemeier, Pater Aboi, Tümskores, Diplom-Psychologe. Jemand mit einer richtigen Ausbildung unter den vielen selbsternannten Anbietern hier und genau, heute muss ich erstmal gleich entschuldigen, ich bin echt heftig erkältet und ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber wir werden oder ich werde einen neuen Nicht-Ex zurück kurz mal machen, habe ich mir überlegt, der wird zum 1. Mai rauskommen. Vielleicht habe ich den Link schon drunter gepackt, wenn ich das irgendwie noch geschafft habe heute, sonst schaut mal auf Insta oder sonst würde ich es im nächsten Video nochmal sagen. Ja, wir zu drum gehen, das ganze Ex-Thema nochmal einzugrenzen, aufzuarbeiten, das scheint ja doch viele zu bewegen und ja, ist natürlich eher so für die, sozusagen vielleicht ein bisschen neu zu, also noch nicht so lange bei mir sind und damit strugglen. Gut, heute haben wir aber dieses hervorragende Thema, so Fern-Affäre, Fernbeziehung und Online-Dating, wie immer natürlich auch viele andere Themen hier. Zum Beispiel, ja, man pflegt Familie, die Menschen hier sind so ein bisschen älter in den 50ern und ja, ist ausgelutscht vielleicht und sucht ein bisschen Trost und naja, schauen wir mal. Von der Zuschauerin, lieber Christian, ich verfolge fast wirklich deine Videos und bin ein Fan deiner Bücher und Kurse. Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Apropos, kommt auch gern nach Wien. Anfang April findet ihr auch zur Lesung, ne, Wien. Ein paar Tickets haben wir noch, würde mich sehr freuen. Ähm, und auch noch, also München ist ausverkauft, äh, da muss ich, fällt mir jetzt auch gerade noch ein, dieses, der Liebeschipp, äh, Praxistag in Frankfurt und Hamburg gibt's auch noch. So, aber jetzt mal weiter. Ähm, von dir zu lernen versuche ich nicht zuletzt in der Liebe viel rationaler zu werden und an meinen Standards festzuhalten. Das fällt mir gerade echt schwer, daher meine Bitte mit deiner Einschätzung. Ich bin fast, ähm, 40 und seit, ach, ist doch ein bisschen junger, okay, und seit, hatten wir eben mal kurz zurückgeguckt und seit, äh, fünf Jahren Single. Insgesamt fühle ich mich gerade wegen der Pflege meines Vaters und einer daraus resultierenden beruflichen Krise sehr verletzlich und einsam. Das, äh, selbst wenn du keine entsprechende Kindheit hast, kann das sehr anfühlig machen für alle Arten von toxischen Beziehungen, wenn man nicht gut drauf ist, wenn man gerade keine gute Energie hat. Äh, oder Verwicklung oder Liebessucht, ähm, das ist immer so die Schattenseite. Äh, mir fehlt deinem Partner jemand so ein Anlehnen, auf den ich mich verlassen kann. Ja, verstehe ich, aber, man, du hast dich, ne, aber ich verstehe das natürlich, ähm. Wird vor allen Dingen auch versuchen, äh, ja, das beruflich wieder auf die Kette zu kriegen, äh, nice, geiles Leben nach und nach aufbauen. Modul 2 ist da auch viel drin, oder Spiritualität und nice, geiles Leben. Ähm, ähm, gut. Äh, vor einem halben Jahr hat sich ein Kontakt zu einem Mann in einer, an einer Dating-Plattform ergeben. Er lebt gut 600 Kilometer von mir entfernt. Ähm, ähm, ich meine, man kann jetzt so sagen, wo die Liebe hinfällt. Ich will das auch gar nicht bewerten, wenn es der jetzt, ähm, sein soll, äh, für Gott, ne, müsst ihr wissen. Allerdings, ähm, rate ich davon ab, weil ich finde, 600 Kilometer Fernbeziehung oder Fernaffäre, wir werden es gleich sehen, schon, äh, schlimm genug. Und Online-Dating ist eigentlich auch schon schlimm genug. Und das beides, äh, zusammen, finde ich so eine gewisse, ein gewisses Risiko, was daraus entsteht. Und auch irgendwie anstrengend, aber, naja. Äh, er kommt aber beruflich regelmäßig im weiteren Sinne in meine Gegend. Und da ich fürchte, dass ich sowieso nicht die Kraft für eine Fernbeziehung hätte, habe ich ihn zunächst zurückgewiesen. Er hat sich dennoch immer wieder gemeldet. Das hat mir imponiert. Ja, auch da kleiner Kritikpunkt, oder wie du es nennen willst. Ähm, ich weiß, das imponiert Frauen immer, wenn Männer, ähm, nicht loslassen. Ich frage mich immer ein bisschen, warum. Weil ein Mann, der Optionen hat, der ein hohes Selbstbewusstsein hat, der lässt sich einmal wegschicken, und dann ist er auch weg, so. Und die Männer, die immer wieder so, ach nee, ich will doch, ach ich will doch, nee, ach, äh, doch noch, doch noch, doch noch, ähm, machen nicht immer. Nee, kann man jetzt wirklich nicht sagen, nicht immer, aber häufig machen die irgendwann mal Ärger. Ne, entweder, weil sich diese, diese Aktivität plötzlich nichts auflöst, aber dann sie erhört und dann ist auf einmal, wuff, was, ich werde jetzt gewollt, ähm, jetzt will ich aber nicht mehr. Oder, ja, ja, was könnte noch passieren, also, dass, vielleicht auch in einer, in einer eventuellen Trennung nicht so richtig loslassen. Und, naja, ich finde es immer so ein bisschen, ich finde, das wird immer unnötig irgendwie als irgendwas geschätzt, weil ich finde das gar nicht so gut, ne. Äh, äh, uns verbindet viel persönlicher Hintergrund, selber Studiengang, persönliche Interessen. Machst du schon mal gut. Er hat auch einen schwer kranken Elternteil und nimmt diese Situation, nimmt ihn auch sehr mit. Super, das ist ein gemeinsames Thema. Äh, wir haben uns wochenlang geschrieben, ja gut, das ist auch nicht so mein Favorite. Äh, ne, guck gerne mal in die Datingkurse rein. Äh, äh, aber gut. Und dann nach drei Monaten zum Abendessen in der Mitte zwischen unseren Wohnorten verabredet. Also, ich finde, für einen Mann, den du noch nicht kennst, 300 Kilometer fahren, finde ich schon echt sportlich. Also, äh, nicht, dass man da, wie gesagt, zu viel macht irgendwie. Und, äh, ich hätte da ein Date ausgemacht und nicht wochenlang geschrieben, weil das, ja, führt zu viel Fantasien. Und, ähm, geht ja immer wieder darum, so Liebessucht zu vermeiden, ne. So lustig man Liebessucht auch findet, wenn alles gut läuft, ne. Schöne Dopamin, Dopamin, aber, naja. Äh, gut. Aber der Abend war wunderschön. Ich finde ihn beeindruckend, als man sie anzieht. Der fragt, glaube ich, noch mit auf sein Hotelzimmer komme. Ähm, ja. Warum nicht? Er war mir noch etwas zu schnell und zu viel beim ersten Date. Als Dankeschön, äh, für ein Geschenk, das er mir zum Abschied gegeben hat, habe ich ihn auf die Wange geküsst. Äh, ich finde, so von der Art, wie du schreibst, ein bisschen viel... Ja, du sagtest so, du willst da rationaler rangehen. Das ist alles nicht rational, so, ne. Sondern das ist so diese romantische Ebene. Ach, er hat mir ein Geschenk gemacht. Und dann habe ich ihn auf die Wange geküsst. Und, äh, die Fakten sind immer, was willst du? Was will er? Habt ihr gemeinsame Beziehungsziele? Äh, geht das Ganze voran? Äh, ich sage immer wieder die berühmte Dating-Progression. Geht's voran? Das ist alles viel wichtiger, ähm, als sowas hier. Darüber schien er sich zu freuen. Er hat aber keine Initiative zu mehr Körperlichkeiten gemacht. Äh, zum Abschied gab's nur eine innige Umarmung. Ähm, äh, ja, verstehe ich auch nicht so richtig. Der Kontakt ging dann weiter überwiegend von ihm aus, wegen beruflicher Themen und wegen Komplikationen und mit den Krankheitsfällen. Unsere Familien hat sich das nächste Treff über Monate verzögert. Also ich, also ihr könnt sowas machen. Ich rate nur davon ab, nicht aus irgendwelchen moralischen Gründen oder so, sondern weil all diese Sachen so liebessüchtige Strukturen fördern, ne? Also viel schreiben, keine richtigen Dates, zwischen den Dates liegen Monate, äh, man schreibt sich so heiß. Und, äh, und das ist alles Sachen, die ich, vielleicht ist gefährlich jetzt zu viel gesagt, aber die ich suboptimal finde. Wenn man, äh, klar, es ist natürlich alles, ich meine, ihr seid erwachsene Mensch, ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber wenn man so Liebessucht und so vermeiden will, und vielleicht, ähm, gerade wenn man gerade ein bisschen angeknackst ist und nicht noch mehr Stress haben will, ist das auch das Problem mit diesen fairen Sachen. Also ich würde immer wieder euch raten, dass ihr auf einen ganz stinknormalen, wie gesagt, es hat nichts mit Gesellschaft oder Moral oder so zu tun, nur für euren Liebeschiff, dass ihr, wenn ihr wisst, ihr seid sensibel an dem Punkt, dass ihr ganz stinknormale, progressive Dating-Sachen eingeht, wo man sich näher kommt, einmal die Woche sieht oder dann irgendwann mehr. Äh, beide wollen, beide gehen voran, beide wollen, klar, das Gleiche irgendwie. Ich glaube auch, dass, ähm, man kann sicherlich irgendwann im Leben mal rumexperimentieren und irgendwas, aber das auch so Monogamie, monogame Sachen, Affären vielleicht auslassen, Freundschaft plus, all diese, also das stinknormale, monogame Beziehungen sind häufig so das Beste, wenn man so seine Ruhe haben will im Kopf, so, ne? Ähm, was er heute dazwischen macht, und ob er andere Frauen trifft, weiß ich nicht. Müsste mal von ausgehen, solange was nicht thematisierter ist, aber gut, da ihr eben noch nicht mal zwei Date hattest, kannst du natürlich auch nicht viel erwarten, so, ne? Äh, ich vermute, ja, ist ein attraktiver, erfolgreicher Mann um die 50, da wird es sicher andere Frauen geben, unser Kontakt bei WhatsApp wird immer vertrauter, irgendwann dann auch, äh, sexuell, ja, also mir wäre es immer lieber, wenn es auf dem Date, die Progression da ist, dann halt, muss ja nicht auf dem ersten sein, aber anstatt, dass es wieder über diese WhatsApp-Schiene geht, ähm, ich glaube, das ist eine wunderschöne Ablenkung für dich gerade, deswegen kann ich total verstehen, wenn du das machst, äh, und solange es dir gut tut, ist auch überhaupt nichts gegen einzuwenden, ist halt immer die Frage, wie lang tut es dir gut, und, wann kommst du in so einen Fantasiemodus rein, ne? Wenn du das jetzt so abtrennen kannst, und keinerlei Erwartungen hast, dann kann man natürlich auch so einen WhatsApp-Kontakt haben, ne? Das ist klar, aber vielleicht, ich glaube, Engel Wischner darauf hinaus will, er macht mir viele Komplimente, und er ist sehr lieb, ich meine, du kennst ihn kaum, ihr habt das noch nicht mal zweimal gesehen, hier, stellt kaum Fragen zu mir, in meinem Leben, meinen Träumen, Vorlieben, es geht auch in unseren Telefonaten ganz überwiegend um ihn. Überraschung finde ich jetzt nicht so gut, das macht mich traurig, mein Eindruck ist nun, dass er eigentlich damit rechnet, bei unserem nächsten Treffen seine sexuellen Fantasien mit mir in die Tat umzusetzen, jetzt geht es aber los hier, also ich bin überhaupt kein Freund, ich finde das weird, aber wenn man noch nicht mal einen stabilen Dating-Prozess hat, einfach mal ganz normalen, stinknormalen Sex hatte, und dann geht es gleich los mit, oh ja, ich will diese Fantasien mit dir ausleben, ich bringe auch meine Taucheranzüge mit, und dann kette ich dich irgendwo an, ey, du kennst diesen Typ überhaupt nicht, also ich finde das weird, sage ich ganz ehrlich, wie gesagt, kann alles gut gehen, aber diese Verbindung, die ist ja gar nicht da, also die Verbindung wird in Realität geschaffen, du hast nur diese Fake, ja, unter Umständen Fake-Verbindung über WhatsApp, und dann bist du gleich konfrontiert mit, schreibst jetzt hier nicht welche, irgendwelche, ja, es geht nicht um dich, schreibst du auch noch, und es geht aber um seine Fantasien, auch wenn Leute auch schon so rüberkommen, spricht meiner Ansicht nach noch mehr dafür, dass er jetzt hier nicht irgendwie monogam unterwegs ist, aber, einfach nur eine Meinung von mir, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee wäre, nee, glaube ich nicht, ich finde ihn zwar sehr anziehen, und kann mir Körperlichkeit mit ihm sehr schön vorstellen, andererseits wünsche ich mir aber eigentlich eine richtige Beziehung, ja, und das sind Standards und Dealbreaker, und ich kann immer wieder sagen, ich habe auch viel erlebt von diesem ganzen Kram, und ich bin da zu dem Schluss gekommen, damals an diesem Punkt, dass ich keinerlei unklaren Beziehungssituationen mehr zulasse, keine Affären, keine Freundschaft plus, auch keine Freundschaft minus, also so komische Freundschaften mit jemandem, den man gut findet, keine Dreiecke, all das auszulassen und abzulehnen auch, und zu sagen, nee, ich weiß, das tut mir nicht gut, und, ja, und ich weiß auch, dass mir irgendwas Offenes irgendwie nicht gut tut, so, und zumindest zu dem Zeitpunkt habe ich das so gefühlt, und, ja, und Standards und Dealbreaker wäre jetzt, das Gespräch mit ihm zu suchen, und zu sagen, du, ja, wir können uns ja erstmal daten, ich finde das sehr, sehr, sehr ungünstig, mit dieser Distanz, muss ich das schon mal wieder sagen, also ihn zu daten, und, du kannst sagen, ich will dich daten, aber ich kann dir schon gleich sagen, wenn das so weibt zwischen uns, also erstmal will ich nicht nur für deine komischen Fantasien zur Verfügung stehen, sondern, ja, also, soll auch um mich gehen, und ich kann dir auch schon gleich sagen, ich suche eigentlich eine Beziehung, so, und vielleicht hast du Angst, dass viele haben, den Mann zu, verscheuchen, da dreht sich, da schließt sich der Kreis, warum hast du diese Angst, weil es dir gerade nicht so gut geht, und du dich, dir führt ja, dass es eine schöne Ablenkung ist, und das macht es genauso gefährlich, wenn es einem gerade nicht gut drauf ist, ne, ähm, und, ja, also das finde ich, schwierig, weil, was ich lehre, ist, immer wieder zu seinen Standards zu stehen, und wenn er dann so, das Gespräch zu suchen, heißt das auch, zu sagen, was man denkt, ganz klar, ohne Angst zu haben, dass man abgeschossen wird, dann bist du eben abgeschossen, dann war es eh nicht der Richtige, und, ähm, ja, fällt gerade wieder dieses Video an, was ich mal gemacht habe, du brauchst keine Freunde, du brauchst keine Partner, du brauchst keine Freunde, du brauchst es nicht, ne, ich meine, das, ähm, wie gesagt, das ist total menschlich, ich bin der Meinung, letzter Konsequenz, braucht man das nicht, und das ist ja auch nicht der letzte Mann, den du treffen wirst in deinem Leben, aber, ich meine, das ist alles deine Entscheidung, du entscheidest das, ähm, 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 ich habe richtig Angst davor, dass ich, äh, jetzt eine reine Bettgeschichte mit Gelegenheit treffen, alle drei Monate im Hotel wird, ja, und die Angst ist absolut berechtigt, und, da, also, dann solltet ihr immer nicht nur turteln, und sexuelle Fantasien austauschen, beziehungsweise, du dir seine anhören, sondern solltest du das klären mit ihm, ne, wie das denn weitergehen soll, so, ne, ihr seid ja WhatsApp-mäßig schon viel weiter, als ihr eigentlich wirklich seid, so, ne, ähm, und ich das seelisch nicht gut wegstecken würde, ja, das können, das ist, höre ich immer wieder, dass Leute sagen, komm, ist doch egal, wir fangen mal locker an, und irgendwann, äh, so sind wir halt gemacht, entstehen Gefühle, und dann ist man nicht mehr so locker, und dann weint man, äh, wenn es, äh, nicht richtig stabil ist, sag ich mal, ne, seine Verletzlichkeit, seine Sehnsucht nach Liebe, geht mir sehr nahe, mich zieht seine sensible Art an, hat auch schon einiges durchgemacht, ja, aber es sollte auch ein bisschen um dich gehen, ne, also es ist ja schön, dass du ihn so empathisch auffängst, aber auch das sage ich ja immer wieder, es muss irgendwie ausgeglichen sein, ne, also er muss sich genauso bemühen um dich, ne, äh, ich erkenne mich in ihm wieder, ja, das ist, glaube ich, auch ein bisschen Teil des Problems, äh, was, äh, grundsätzlich aber nichts Schlechtes ist, ne, klar, ihr habt ähnliche Themen, äh, so kommt es mir vor, er schrieb mal, dass er gerne für mich da wäre, und zwar ohne Forderungen und Verpflichtungen, pff, Das ist natürlich so ein typischer Bindungsvermeiderspruch, ne, lass uns Leichtigkeit leben, ich wäre theoretisch gerne für dich da, komm, jetzt komme ich doch wieder in meinen Sarkasmus rein, sorry, theoretisch wäre ich gerne für dich da, wenn ich es denn wäre, äh, und natürlich nur unter Bedingung, ähm, ja, dass ich dich, äh, alle paar Monate mal durchnehmen kann, und dass mich ansonsten nicht nervst, ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, weil ich, äh, äh, und ich sage bloß nicht, dass du irgendwas willst, ja, aber so funktionieren, äh, romantische Beziehungen nicht, da gibt es immer Forderungen und Verpflichtungen, so, und beziehungsweise glaube ich nicht, dass du ein Mensch bist, ähm, ich weiß auch nicht, ob er sogar keine Forderungen und Verpflichtungen hat, ich meine, du bist jetzt erst, du bist ihm ja total sicher, wenn du jetzt auch sagen würdest, so, ach du Scheiße, nee, heute habe ich keine Zeit, heute, äh, da hätte ich den, äh, Kaiser von Persien, und, sorry, äh, bist du jetzt gerade raus, hier habe ich jetzt, ruf mich mal in der Woche wieder an, weiß nicht, ob er das so lustig finden würde, ähm, aber das ist so ein typischer Minuspolspruch, ne, das kam bei mir so an, dass er keine echte Beziehung mit mir will, ja, natürlich, aber kannst, frag ihn doch, für das Gespräch, hä, ohne Angst, das tut mir weh, ich habe mich nicht getraut, das zu problematisieren, weil ich unseren Kontakt genieße, ja, das ist, da schließt sich der Kreis, andererseits streut er vage Hoffnung auf gemeinsame Pläne, reisen, das ist aber alles sehr unkonkret, ja, aber Future, bei, wenn Future Faking droht, ähm, dann, äh, festnageln, dann weißt du, ja, wann, wann willst du mit mir reisen, wann, lass uns was ausmachen, und dann weißt du in fünf Minuten, ob das real ist oder nicht, und wenn es nicht real ist, ist es super toxisch, ne, aus Vernunft habe ich mich aufgrund dieser Ansage von ihm die letzten Wochen gezwungen, auch wieder Kontakte mit anderen Männern zu haben, ganz ehrlich, finde ich gut, finde ich sehr, sehr gut, finde ich richtig gut, äh, ich spüre aber, dass ich, äh, damit ich mich zu schnell auf ihn festlege, ich spüre aber, dass ich wirklich nicht wirklich offen für andere bin, sondern seelisch sehr an diesen Mann hänge, ja, weil ihr euch seit Jahren WhatsApp schreibt, irgendwie mit, und euch gegenseitig heiß macht, und, äh, Fantasiemodus full on, äh, ich glaube, fühlt sich für mich, ich sag's jetzt mal so, ist nur eine Meinung, jetzt kann das nicht hundertprozentig sagen, nicht wirklich nachhaltig an diese Geschichte, und als wenn, ja, du in so einer Krümelgeschichte gelandet bist, ne, und schön am Haken, aber auch, das muss jetzt ja gar nicht so bewusst sein von ihm, aber auch ein bisschen am Haken bleibst, es entwickelt sich nicht vor, und du führst dieses Gespräch nicht, führ das Gespräch, und wenn das Scheiße ausgeht, hake's ab, weiß ich nicht, paar Wochen Liebeskummer, zack, Leben geht weiter, next, fertig, hat er seine Chance gehabt, Ende Gelände, ne, man muss da wirklich, äh, darf da nicht zu nidi werden, so, ne, das ist, was ich immer wieder versuche weiterzugeben, so eine Härte, ne, ich weiß, das hört sich mal so, was hat denn Härte in Liebesbeziehungen zu tun, ja, so ohne gewisse Härte, kommst du in dieser Welt komplett unter die Räder, komplett, deswegen streiten wir so viele Leute, die kommen alle unter die Räder, ne, und, äh, und meistens mit Leuten, die härter sind, ne, und, weniger skrupelarm und mehr an sich denken, so, und das ist dann wieder der Spiegel des Universums, ne, so, ähm, will ich am besten damit, äh, verantwortungsvollsten für alle mit der Situation um, ja, ich würde das Gespräch suchen, ich will nicht verletzen, ja, es wird mehr Fokus drauf geben, dass du nicht verletzt wirst, ich möchte aber auch nicht verletzt werden, genau, ja, ist doch schon viele gute Ansätze hier, konkret habe ich große Angst davor, dass für mich eine reine, Sechsgeschichte mit ihm in eine seelische Krise stürzen würde, ja, ich lese jetzt mal raus, dass ihr noch nicht in der Kiste wart, und ganz ehrlich, ich würde das auf jeden Fall vorher erklären, ne, ne, und die Gefahr sehe ich auch, ganz klar, ne, warum soll ich mich einfach mal fallen lassen und genießen, was mit ihm möglich ist, ne, das ist nicht, was ich hier so vertrete, äh, also, wenn man total, äh, in sich gesettelt ist, und du hast ein buntes Leben, und, äh, seine Selbstliebe einmal sind komplett voll, und dann hat man zwischendurch mal eine Affäre, und denkt aber zwischendurch gar nicht dran, und, aber dann, äh, bei einer Affäre würde ich auch sagen, man schreibt sich dann auch nicht, dann meldet sich einer halt nach drei Monaten und sagt, ich bin in der Stadt, hast du Zeit, das ist ja eine ganz andere Geschichte, das ist wieder so ein komischer Mischmasch, und mir gefallen diese WhatsApp-Sachen überhaupt nicht, überhaupt nicht, ne, vielleicht würde mir das sogar gut tun, ne, ich glaube nicht, ich weiß nicht mehr, was richtig und was falsch ist, danke für eine Antwort und alles Liebe, und wir sehen uns bald wieder, ciao ihr Lieben, und wir sehen uns bald wieder,